Und dann geht's sofort weiter mit Pokémon Advanced Adventure. Es klingt etwas falsch, dass ich immer sofort und sowas sage, weil es ja jeden Tag eine Folge gibt und nicht alle 15 Minuten. Da würde es Sinn ergeben, aber so gibt es eher weniger Sinn, aber vielleicht sollte ich auch einfach nur aufhören zu reden. Mhm, mhm. Mhm. Okay. Das ist sehr doof gelaufen, würde ich sagen. Wenn die einzigen... Ach ja. Nachdenken. Bam, 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 bam. So... Mal schauen, was es hier so im Shop gibt. Stimmt, wenn man eine VM nicht... äh, eine VM nicht findet, kann man natürlich hier vorbeigehen. Auch wenn das ziemlich kompliziert ist. Weil die ja irgendwie alle auf dem Weg liegen, aber... Ich übertränke nämlich 11 mit. 18. Ah. So, wo geht's jetzt hier lang? Auf jeden Fall hier ist der... Ah, da mach ich das direkt. Garathos? In Orange. Ich bin mir nicht sicher, ob das so lang ist. Äh, oh, das ist gefährlich. Der ist doch bestimmt beim ersten Schlag tot, oder? Ja, toll. Die Paralyse ist... Besser... Aber ich hoffe jetzt, dass es... Raichu tötet. Okay. Garathos macht keine Scheiße. Garathos. Garathos. Ja! Was war das, bitte? Das ist so... Genau. Und... Da hab ich's doch direkt. Ne? Na... Die nennt's erst später. Naja... Ok, ich kurz heilen... Na... Ja da gehe ich kurz heilen und bin wieder da. Darüber kann ich auf jeden Fall schwimmen. Naja, das liegt auf meiner Box. Ich muss keine Angst haben. So. Naja. Okay. Was ist jetzt der Sinn dieser Stadt? Ah, die Arena. Dieser Weg tut wahrscheinlich. Okay, dann mach ich jetzt die Arena. Ja, die Arena war sehr kreativ. Wo? Was ist das denn? Achso, die Kämpfe. Naja. Immer diese spannenden Kämpfe. Nach diesem Kampf wird zu zeigen, ob ich dann heile. Ne, ich gehe nicht heilen. Wow, du musst dicke Eier haben, um Klin zu irgendwas. Aber du bist nicht brave, sondern eher dumm. Ich denke eher dumm. Gut zu wissen. Was? Was ist das denn? Äh. Oh. Ja. Damn. Milotic. Oh. Mist. Twister. Ist das nicht dieses Spiel? Fairy Ligator. Ach, das ist das. Schön. Das habe ich ja vorhin schon gecampt. Naja, mach ruhig. Gut. Okay. Das könnte jetzt schon... Nein! Ah, Tobias. Nice. Ich setz Lizzie ein. Was ist los mit mir? Komm schon. Kabuto. Kabuto, yes. Du magst mich besiegen haben, aber du wirst nie mehr Scream besiegen. Haha, lebe wohl, Nilk. Loll. Ja, da habe ich jetzt den Typen besiegt. Und somit sechs Orden. Nach sieben Stunden. Nicht schlecht, oder? Die Orden sind leider die gleichen. Oder gehe ich nochmal kurz heilen. Oh, da ist noch was. Sargana bist. Nice. Ich dachte zwar eher, hier begegnen wir einem nichts. Hallo? Sag... Sag bloß, du bist hier... unser um unsere stadt zu schützen hier nimmt das jetzt gibt es keine pokémon mehr jetzt gibt es tms ich will mich nicht beschweren aber da gibt es auch ein also wahrscheinlich muss ich die schlüssel irgendwann suchen keine ahnung ob ich das überhaupt nicht machen weg super schutz genau mhm pelipo hatte schnicks dagegen chapelle zu hallo zuerst geht und amt der doppelkampf was cool wieso ich dachte schon ich muss durchgegangen er ist eine tech Nein, den brauch ich nicht. King Dark Noise. Seismic Toss? Ist das nicht Ausdauer? Lock Duft. Mir fällt gerade auf, dass ich nur die Attacken übersetze. Und die Pokémon. Mittlerweile ist es ja schon Level 30, Porenta. Geht ziemlich schnell mit dem MP-Teller. Hm. Protein. Ich find's irgendwie lustig, wenn man das so schnell rumhüpft. Um. Lol. Toll. Bug gefunden. Könnte man reporten. Aber bringt nichts. Weil der Hack vier Jahre alt ist und da wird sich wohl kaum noch was ändern. Aber... Der Versuch ist es natürlich wert. Aber mir nicht. Und so, dann kommt wieder. Was? Und komm, bitte lass es weichen. Nein! Das ist natürlich nicht zu können, aber ich hab ja Glück. Ich hab's falsch angegriffen. Nein! Wir kaputt. Nein! Nein! Nichts. Und... Double Edge. Das sind jetzt eigentlich für Kämpfe. Also Spannung ist das anderes. Ich denke, wenn, dann kann man es ganz gut taktisch spielen. Ja, ich bin jetzt zwar mitten auf einer Route, aber das hindert mich trotzdem nicht daran, die Folge zu beenden. Das war's mit Pokémon Adventure Folge. Irgendwas? Also dann tschüss.